Ein gerader Rücken, ein erhobenes Haupt und ein klarer Blick sind nicht respektlos. Manchmal sind sie sogar die größte Respektbezeugung. Wieder hielt sie inne, ließ ihren Blick schweifen und auf dem Pfleger ruhen. Die Menge bemerkte es und sah nun den Pfleger ebenfalls an. Der Mann sank der Länge nach auf die Steinplatten und Schweiß ran ihm in Bächen von der Stirn. Aber wenn man hasst oder kein Gefühl kennt, hat man auch keinen Respekt, sagte sie. Man verbeugt sich, weil man sich verstecken will, weil man feige ist. So feige, dass man ein unschuldiges Tier dazu missbraucht, eine Tochter des Löwen niederzustrecken. Die Schultern des Mannes am Boden spannten sich an. Ein Raunen ging durch die Menge. Die Blicke auf den Mann wurden finster. Ich spürte, dass die Menschen verstanden, was ihre Prinzessin sagte und wie sich Wut aufbaute. Ich merkte, wie sich die Haare in meinem Nacken aufstellten. Mein Vater ließ das Urteil über den Mörder bereits verkünden. Aber der Mörder ist nicht der Greif, sondern dieser Mann ergreift ihn. Zwei Soldaten traten vor. Vielleicht rechneten sie wirklich damit, dass der Mann auf dem Boden liegen blieb, bis sie ihn packten. Auf jeden Fall waren sie nicht schnell genug. Der Mann rollte sich zur Seite, ergriff den Spieß, sprang auf und ließ die Waffe in einer Art um sich herumwirbeln, wie ich es bisher nur einmal gesehen hatte, bei Kennard, als Zucora sich mit ihm gemessen hatte. Die glitzernde Spitze des Spießes beschrieb einen Halbkreis und die Soldaten blieben stehen. Ihr werdet nicht entkommen, Mörder, sagte einer der Soldaten. Aus der Menge traten zwölf Personen über das Seil hinweg und schlugen ihre Mäntel auf oder die Kapuzen nach hinten. Sie zogen Armbrüste unter ihren Umhängen hervor und knieten sich hin, die Waffen auf den Mann gerichtet. Beugt euch der Gnade und Gerechtigkeit des Hauses des Löwen und ihr erhaltet einen schnellen Tod, sprach der Soldat weiter. Pfeilid bewegte sich nicht. Ihre Augen betrachteten den Mann mit dem Spieß für einen Moment, dann schaute sie wieder eindringlich in die Menge. Es war mir, als suche sie etwas oder jemanden. Plötzlich glättete sich das angstverzerrte Gesicht des Mannes und er stand gerader. Seine Augen zogen sich zusammen und er musterte die Prinzessin nunmehr hasserfüllt und nicht mehr verängstigt. Pfeilids Reaktion überraschte mich. Ihr Kopf schnellte herum von ihm weg. Ihre Augen lagen auf jemandem in der Menge. Ich versuchte, ihrem Blick zu folgen, sah aber nur die Menschenmenge. Gnade? Ihr sprecht von Gnade? Ihr sollt sie erhalten, rief der Mann und sprang nach vorn. Die meisten der Bolzen trafen den Mann. Er hätte fallen müssen, aber vor meinen entsetzten Augen sah ich ihn weitergehen. Einer der Wächter stürzte sich auf ihn und der Abwehrschlag mit dem Spieß war so gewaltig, dass er den Soldaten von den Beinen fegte, als wäre er eine Puppe. Kein Mensch verfügte über solche Kraft. Ein Bolzen ragte aus der Stirn des Pflegers. Dennoch ging er weiter, den hasserfüllten Blick auf Pfeilid gerichtet. Die anderen Wachen stürmten auf ihn los. Er holte aus und warf den Spieß. Ein Spieß war eigentlich zu schwer für einen Wurf. Dennoch hätte die Waffe ihr Ziel erreicht, wenn nicht eine Klinge sie im Flug zur Seite geschlagen hätte. Ich selbst war auch schon in Bewegung gewesen, vielleicht mit der Absicht, Pfeilid zur Seite zu stoßen oder den Spieß abzuwehren. Wahrscheinlich teilten Leandra und Janos meine Absichten, denn auch sie bewegten sich. Womöglich wären wir schnell genug gewesen. Denn so weit stand die Prinzessin ja nicht von uns entfernt. Ein Wächter hatte sich ebenfalls vor sie geworfen. So mochte es sein, dass der Spieß den Soldaten getroffen hätte, der sein Leben für die Prinzessin geben wollte. Aber es war Sieglindes Klinge, Eiswehr, die den Spieß im Flug zur Seite schlug. Eiswehr, ein Bastardschwert, geworfen auf einen Spieß. Pfeilid hatte sich gar nicht gerührt, als wäre dieser unheimliche Angriff nichts. Ihre Augen waren noch immer in die Menge gerichtet. Von dort ertönte ein Schrei und der Mann mit dem Bolzen in der Stirn zuckte zusammen. Jetzt erst wandte sich Pfeilid ihm zu. Sie lächelte. »Wie?«, röchelte der Mann. Dann fiel er, noch während ihn ein Soldatschwer mit einem Schwertstreich traf. Der Körper stürzte zu Boden und lag still. Er war schon länger tot. Der Greif gab einen Ruf von sich, der keine Übersetzung brauchte. Es war Triumph. Ein klingendes Geräusch ertönte, als Eiswehr über die Steinplatten schlitterte und in die Hand seiner Herren sprang, die es in seiner Scheide versenkte, bevor die Soldaten sie als eine neue Bedrohung ansehen konnten. Die Prinzessin Pfeilid stand da und wartete. Denn das Schauspiel war noch nicht vorbei. Vor ihr teilte sich die Menge und sechs Wächter erschienen. In ihrer Mitte trugen sie einen Mann, Dürre und Hager, mit blassen eingefallenen Wangen und tiefen Augen. Seine Hände fehlten. Die blutigen Stümpfe waren mit Leder abgebunden. Blut lief aus seinem offenen Mund, wo der Stumpf einer Zunge blutete. Kleine Holzsplitter waren ihm in die Augäpfel getrieben. Die blutige Tränen weinten. Aus fünf Pflanzen wurde ein Gestell errichtet, über dem Leichnam des toten Pflegers. Der blutende Mann wurde an dieses Gestell gebunden. Alle sahen dem Schauspiel gebannt zu. Pfeilid gab einem der Wächter ein Zeichen. Der Mann trat hinter sie, löste etwas in ihrem Nacken und zog aus ihrem Gewand eine schwere goldene Kette hervor, an der eine gewaltig große weiße Perle hing. Wieder ging ein Raunen durch die Menge. Pfeilid nahm die Kette, die ihr der Wächter reichte, und hielt sie hoch. Als der ewige Herrscher abdankte und den Reichen ihre Kronen wiedergab, rief sie in ihrer klaren Stimme, diesmal laut genug, dass man sie wirklich weithin verstand, gab er ihnen auch eine Aufgabe. In unserem Reich war es das Haus des Löwen, das den Auftrag annahm. Mein Haus. Das Haus meiner Ahnen. Ihr kennt die Aufgabe. Sie lautet, die dunkelste Magie zu bannen, welche je die Menschen unseres Reichs bedrohte. Die Magie der Seelenjäger. Aus der Hand Askanons erhielt ein jedes Herrschergeschlecht ein Werkzeug, um diese Aufgabe zu erleichtern. In unsere Hand legte er diese Perle, das Auge von Gazalabat. Nur die unverständlichen Laute des Mannes auf dem Lanzengestell waren zu hören, als Pfeilid an ihn herantrat und das Schmuckstück an seine Stirn hielt. Als die Perle sich dunkel färbte und in wenigen Liedschlägen komplett schwarz wurde, atmeten die Zuschauer alle zugleich ein, als ob ein Drache die Luft einzog. In den Gesichtern in der ersten Reihe sah ich Blankes entsetzen. »Nekromant«, hauchte jemand. »Nekromant«, nahm die Menge das geflüsterte Wort auf und es eilte durch die gedrängt stehenden Reihen. Pfeilid hielt die Perle hoch, langsam färbte sie sich wieder weiß. »Als mein Vater erkannte«, fuhr Pfeilid diesmal mit leiserer Stimme fort, »dass dieser Mann den Greifen zum Morden verwendet hatte, wunderte er sich sehr. Denn dies ist der Sohn eines ehrbaren Bäckers und einer Waschfrau. Sie verehren Boron. Dieser Mann diente vier Jahre in der Stadtwache, galt als treu und gottesfürchtig. Mein Vater fragte sich, wie es sein könne, dass solch ein Mann, ein treuer Sohn dieser Stadt, mich ermorden wollte. Mich, die Tochter des Hauses des Löwen. Lange dachte er darüber nach und er kam nur zu dem Schluss, das könne nicht sein. Also begab er sich heute Morgen unter euch, zahlte sein Kupferstück und betrachtete diese mordlösterne Bestie, dieses unschuldige Tier und den Helden, der mich erretten wollte, diesen Pfleger, und erkannte, dass er kein Sohn Gazalabatz mehr war. »Wie erkannte er das?« fragt ihr euch. »Nun, unser Haus besitzt ein Talent, welches uns die Götter zum Schutz unserer Untertanen gaben, und es ist zu verstehen, warum ihr es vergessen habt. Denn lange ist es her, dass es dem Haus des Löwen zu seinem Ruhm diente. Doch wir spüren die dunkle Magie, die Macht der Seelenjäger. Ich bat meinen Vater, mir zu erlauben, den Nekromanten zu richten, der einen treuen Sohn unserer Stadt dazu zwang, dieses Tier auf mich zu hetzen.« Sie hielt die Kette hoch. Der Wächter trat an sie heran und befestigte sie erneut an ihrem Hals. Die Perle lag nun auf ihrem Gewand und strahlte weiter in hellem Weiß. Denn mir mehr als jedem anderen in unserem Haus ist die Gabe gegeben, die dunkle Macht zu spüren. Und so lockte ich den dunklen Magier, köderte ihn und ließ ihn denken, »Dies wäre eine zweite Möglichkeit, mich zu ermorden. Ich wusste, dass er sich feige in eurer Mitte verstecken würde, inmitten von ehrbaren Menschen.« Sie streckte eine Hand aus, und der Soldat neben ihr legte seinen Dolch in ihre Hand. Es steht geschrieben, »Nehmt einem Nekromanten die Hände, das Augenlicht und die Zunge, auf das er seine Macht nicht weiter nutzt.« Weiterhin steht geschrieben, dass man danach eine gottgeweihte Klinge nehmen soll. Mit dieser heiligen Klinge füge man ihm eine Wunde zu, die tödlich ist. Dann wird der Nekromant seine geraubten Leben aushauchen. Sie hob den Dolch hoch. Die Klinge glitzerte in der Sonne. Dieser Dolch wurde Boron geweiht und seiner Gerechtigkeit. Sie stieß dem Mann den Dolch ins rechte Ohr. Ein wortloser Schrei ertönte, als der Mann sich aufbäumte. Schon einmal hatte ich etwas Ähnliches gesehen, als Ordun gestorben war. Das Antlitz des Nekromanten nahm für kurze Momente die Züge anderer Personen an. Vier verschiedene Gesichter konnte ich erkennen, die von Freude und Genugtuung erfüllt schienen. Eines dieser Gesichter hatte ich vor kurzem erst erblickt. Es gehörte dem Pfleger. Dann kam das eigene Antlitz des dunklen Magiers, das mit einem Ausdruck unsagbaren Entsetzens erstarrte. Pfeilit ging ein paar Schritte zurück. Ein Wächter trat an den Mann heran, zog seinen Dolch und ritzte ihm eine Rune in die tote Stirn. Die gleiche Rune, die mir Armin gezeigt und anschließend in Orduns Schädel gebrannt hatte. Ich sah vier Seelen ihren Weg zu den Göttern finden. Das Urteil ist vollstreckt, sagte Pfeilit, und die Menge atmete auf. Sie wandte sich an den Schausteller, der immer noch auf dem Boden lag. Ihr habt mit meinem Schicksal Geld verdient, indem ihr dieses unschuldige Wesen als meinen Mörder zur Schau gestellt habt. Ihr könnt eure Reue zeigen, indem ihr dieses Geld Astarte spendet. Der Greif wird in die Berge gebracht, wo er freigelassen werden soll. Ich räusperte mich. Sie drehte sich langsam zu mir um. Mit keiner Wimper verriet sie, dass sie mich vorher schon einmal gesehen hatte. Ich überlegte meine Worte sorgfältig. Esera, mit gestutztem Gefieder und gekappten Krallen, wird der Greif seine Freiheit nicht überleben. Wenn man ihn vorher pflegt, wird er gesunden und das Leben auch genießen können. Sie musterte mich und runzelte leicht die Stirn. Ist das euer Rat? fragte sie dann. Eine Feststellung, Esera feilet aus dem Haus des Löwen, antwortete ich und verbeugte mich erneut ein wenig tiefer. Sie sah mich an und nickte dann. Der Greif wird in meine persönlichen Stallungen gebracht. Er wird dort gepflegt werden, bis man ihn in die Freiheit entlassen kann. Leandra trat vor und neigte leicht ihr Haupt. Pfeilet sah sie an. Verzeiht es, Esera, sagte Leandra leise, sodass ihre Stimme gerade nur die Prinzessin erreichte. Ja? Sie heißt Steinwolke. Pfeilet blinzelte einmal und besah sich Leandra sorgfältig. Ich bemerkte, wie sich ihre Augen weiteten, als sie die feinen Gesichtszüge und Leandras schlanke Figur als das Erbe von Elfenblut erkannte. Ich werde sie so nennen, sagte Pfeilet, nickte uns zu und ging zurück zu ihrer Sänfte. Sie stieg ein. Einer der Soldaten zog den Vorhang zu, dann schulterten die Männer die Sänfte und trugen sie in gemessenem Schritt davon. Das Auge von Gazalabat Götter, sagte Leandra leise, als sie der Sänfte nachsah. Das ist Pfeilet. Sieht so aus, stellte Janos fest. Was für ein perfektes Schauspiel. Es lag Ehrfurcht in seiner Stimme. Sie ließ mich beinahe vor ihre Füße sinken, meinte sie glinde. Die Leute fressen ihr aus der Hand. Nein, sagte Leandra, sie lieben sie. Sie schüttelte noch immer den Kopf. Was für eine perfekte Inszenierung. Sie stand da und ließ diesen Spieß auf sich zukommen, nahm in Kauf, dass der Wächter für sie stirbt, sagte Janos. Es gab keine Garantie, dass er es schaffen würde, den Spieß abzuwehren. Sie ist mutig, sagte Sie glinde. Das erinnerte mich an etwas. Ich sah zu ihr hinüber. Wie bei allen Göttern hast du das gemacht? Niemand wirft ein Bandschwert. Ich weiß es nicht, sagte Sie glinde. Es schien das Richtige zu sein, also habe ich es geworfen. Wir sahen sie an. Sie zuckte mit den Schultern. Ich habe es einfach getan. Es war gut so, sagte Leandra. Der Plan der Prinzessin wäre nicht aufgegangen ohne diesen Wurf, denn ich habe Magie in dem Spieß gespürt. Er hätte den Wächter durchbohrt und die Prinzessin mit ihm. Sie sah dorthin, wo Wachen den Greifen vorsichtig in seinen Käfig trieben. Ich wollte, wir hätten Steinwolke befreien können. Und was dann? fragte ich. Wer von uns kennt sich mit Greifen aus? Du hast recht, Harwald, sagte Leandra und lehnte sich an mich. Aber träumen darf man. Das Seil hielt die Menschen nicht mehr zurück. Es gab nun eine neue Attraktion, die Leiche des Zauberers. Bald waren wir wieder von Menschen umgeben. Lasst uns gehen, sagte Leandra. Es gibt noch etwas anderes, das ich dir zeigen wollte, Harwald. Ich nickte und wir verließen den Schauplatz des Geschehens. Was denkst du ist wahr an der Geschichte der Prinzessin? fragte mich Leandra, als wir uns einen Weg durch die Menge bahnten. Ich schätze alles. Die Menge kannte die Geschichte dieser Perle des Auges von Gazalabad. Necromanten, sagte Janos mit Abscheu in der Stimme. Wenn die Geschichte wahr ist, dann hat das Haus des Löwen seine Aufgabe nicht erfüllt. Mit dem fetten Mann und diesem hier sind es schon zwei, über die wir gestolpert sind. Und bei uns zu Hause hat niemals jemand etwas von diesen Seelenjägern gehört. Damit solltet ihr euch glücklich schätzen, sagte eine junge Frau neben uns. Sie hielt uns ein Tablett mit Honigfrüchten hin. Nur ein Kupferstück die Frucht, Esserin. Ich sah die aufdringliche Frau an und musste wohl gehörig erschrocken sein. Die Händlerin, die keine war, lächelte unschuldig. Überrascht schaute ich der Sänfte der Prinzessin hinterher, die in der Entfernung immer noch zu sehen war. Wie konnte es sein? Nehmt schon eine Frucht oder am besten das ganze Tablett, sagte die junge Frau schroff. Trefft mich dort am Stand des Bäckers, der stand mit dem grünen Tuch. Fragt nach Serana. Ich nahm zwei Stücke Obst und ließ zwei Kupferstücke auf das Tablett fallen. Die Frau wandte sich ab und ging weiter. Honig, Früchte, rief sie. Nur ein Kupferstück. War das nicht? fragte Leandra. Ich zog ihren Schleier beiseite und schob ihr eine der klebrigen Früchte in den Mund. Ja. Ich aß die andere Frucht selbst. Wenn ich noch länger in dieser Stadt verweilte, befürchtete ich süchtig, nach ihren Naschereien zu werden. Leandra sah mich an, kaute und schluckte. Du bist nicht hinreichend überrascht, Harwald. Was hast du vergessen zu erwähnen? Sie hat mich nach einem Rat gefragt. Hast du ihr einen gegeben? Nein. Ich versuchte sogar, ihn zu vermeiden. Kluge Entscheidung, sagte Janos. Erwiese er sich als richtig, wäre es ihr Verdienst. Ginge es daneben, wäre es eure Schuld. Aber wenn jemand Ratschläge erteilen könnte, dann ihr, Harwald. Ihr habt die Erfahrung, sagte Siglinde und sah mich mit treuen Augen an. Nein, entgegnete ich. Darin hat niemand Erfahrung. Habt ihr auf uns gewartet, um dieses Schauspiel zu inszenieren? fragte ich, als ich mich auf die Bank in der hinteren Ecke des Zeltes niederließ. Dort saß jemand mit dem Namen Serana, mit den offenen Haaren, und dem einfachen Gewand, ungeschminkt und ohne den steifen Rücken, gab es nur eine entfernte Ähnlichkeit mit der Prinzessin. Auch wirkte sie jünger. Dann fiel mir ein, wie jung Feilit wirklich war. Nein, ich musste mich im Gegenteil sogar beeilen, damit ihr es nicht stört, sagte sie mit einem Lächeln. Sie trank aus einem Steingutbecher gezuckerten Tee. Dies sind also eure Freunde, Harwald. Stellt sie mir vor. Maestra Leandra de Gerancourt, Siglinde, Janos. Ich blickte Feilit in die Augen. Und dies ist Serana. Sie verkauft Honigfrüchte. Serana zog eine Augenbraue hoch, lächelte und wandte sich Leandra zu. Maestra? Bedeutet das nicht, dass ihr kundig in Magie seid? Leandra nickte. Sie musterte die junge Frau eindringlich. Da niemand zwischen den Kräften eines Nekromanten und eines Magiers trennen kann, wird man euch verbrennen, wenn ihr diesen Titel einem anderen gegenüber erwähnt, sagte Feilit und nahm einen delikaten Schluck. Sagtet ihr nicht so eben auf dem Markt, ihr könntet die dunklen Kräfte spüren? Fragte Janos. Ja, kann ich. Aber ich spürte auch, wie der Priester mich heilte. Könnte ich beide Gaben voneinander trennen, brauchte ich das Auge von Gazalabat nicht. Damit komme ich zum Grund dieses Treffens. Legt eure Hände hier auf den Tisch. Sie sah unsere Blicke. Bitte. Ich seufzte und legte meine Hand auf den Tisch. Die anderen taten das Gleiche. Sie griff an ihren Hals und zog das Auge von Gazalabat aus ihrem Busen. Was würdet ihr tun, wenn es sich dunkel färbt? fragte Leandra leise. Wahrscheinlich sterben, sagte Feilit. Aber ich muss es wissen. Das ist mutig, sagte Janos, während sie die Perle auf meine Hand sinken ließ. Aber ich werde nicht allein sterben, denn... Götter! Wir sahen alle fassungslos zu, wie sich die Perle verdunkelte. Mir blieb fast das Herz stehen. Aber... sagte Feilit. Das kann nicht sein, rief Leandra entsetzt. Bevor die Panik zu groß wurde, endete die Verdunklung des Auges. Es blieb bei einem hellen Grau. Allesamt atmeten wir aus. Was bedeutet dieses Grau? fragte ich beunruhigt. Feilit sah die Perle nachdenklich an, die sich wieder aufhellte. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Schwarz ist Nekromant, weiß alles andere. Grau wurde nie erwähnt. Ich habe eine Vermutung, sagte Janos. Nehmt mich als Nächsten. Sie ließ die Perle auf Janos' Hand sinken und die Perle blieb weiß. Wenn ich recht habe, wird sie bei Leandra und Seglinde grau werden. sagte Janos. Er hatte recht. Legt eure Schwerter ab, riet er mir dann. Ich musterte ihn, legte Seelenreißer beiseite und hielt Feilit meine Hand erneut hin. Das Auge blieb weiß. Die Schwerter, sagte Janos. Man sagt ihnen allen nach, dass sie etwas mit den Seelen ihrer Träger zu tun haben. Feilit nickte langsam und versteckte die Perle wieder in ihrem Busen. Wie viele Wächter sind um uns herum? fragte Janos. Zehn bis fünfzehn, sagte Feilit. Ich weiß es selbst nicht. Dann bitte ich euch inständig, verschluckt euch nicht an eurem Tee. Feilit sah ihn an und zeigte kleine weiße Zähne, als sie lächelte. Ich werde mich bemühen, nicht vor der Zeit zu sterben. Sie musterte Seglinde. Es gibt mehrere Gründe für dieses Treffen. Zum einen dies. Sie reichte Seglinde eine kleine Schriftrolle. Seglinde blickte überrascht auf das Schriftstück. Es ist eine offizielle Bestätigung. Von Sonnenaufgang dieses bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages dürft ihr in meiner Gegenwart ein Schwert ziehen. Ich habe kein Aufhebens darum gemacht, aber es kann sein, dass jemand übereifrig handelt. Dann zeigt ihm diese Rolle. Soll das heißen, dass sie dafür bestraft werden könnte, dass sie euer Leben rettete? fragte Janos entgeistert. Blankers Stahl in meiner Nähe ist ein sofortiges Todesurteil, egal aus welcher Veranlassung. Es sei denn, man ist ein Soldat. Selbst für ihn gilt, zieht er in meiner Nähe blank ohne guten Grund, stirbt auch er. Oh, sagte ich, als ich mich an die Schlange in ihren Gemächern erinnerte und was ich mit ihr getan hatte. Pfeilet blickte zu mir hinüber. Sie wusste, an was ich gerade dachte. Das ist barbarisch. Ich bin 16 Jahre alt. Seit meiner Geburt wurden sieben Anschläge auf mich verübt. Ich hatte einen Bruder, zwei Jahre älter als ich. Als er vier war, hatte der fünfte Anschlag auf ihn Erfolg. Das ist ja schlimmer als bei uns in der Kronburg, rief Leandra. Ich teile euch nur die Gründe mit. Für mich ist es ein Bestandteil meines Lebens. Sie zuckte mit den Schultern. Ihr seht, wie ich damit umgehe. Ihr denkt, wenn ihr euch selbst umbringt, kann euch niemand töten? fragte Janos mit hörbar falscher Einfalt. Janos, ich überlege gerade, ob ich euch leiden kann, sagte Pfeilet. Es steht auf der Kippe. Das überlege ich schon länger, sagte ich und warf Janos einen scharfen Blick zu. Der nächste Grund für unser Treffen ist dieses Schwert. Pfeilet blickte Sieglinde an. Es ist Eiswehr, nicht wahr? Ja. Das Schwert stammt aus Bessereien. Es gehört dem Haus des Löwen. Ich habe Bilder von ihm gesehen. Es ist ein Schwert des alten Imperiums, korrigierte ich. Es wurde nur zuletzt von jemandem aus dem Haus des Löwen geführt. Sie sah mich an, dann nickte sie. Ich glaube euch, ich erkannte nur die Klinge. Die Texte zu dem Schwert sind mir nicht mit Sicherheit in Erinnerung. Es ist ja auch eine Zeit lang her, sagte Janos mit einem gewinnenden Lächeln. Sie schenkte ihm keinerlei Beachtung. Eine letzte Frage habe ich, sagte sie. Sie hätte schon bei anderer Gelegenheit gestellt werden sollen. Warum seid ihr hier? Wir sind auf der Durchreise, sagte Janos. Leandra und Sieglinde nickten, ich nicht. Wir kamen her, weil wir nach Askir reisen. Kein anderer Grund. Wir bleiben noch ein wenig, weil wir hier in Dinge verwickelt wurden. Ich sah sie vorwurfsvoll an, die uns nicht erlauben, weiterzureisen. Wenn ihr es wünscht, reiten wir noch heute Nacht durch die Tore dieser Stadt hinaus. Ich legte neben Ironie noch etwas Hoffnung in meine Stimme. Nein, sagte sie leise. Bleibt. Eines noch für euch. Die Spione meines Vaters erfuhren von dem Anschlag auf euch, Harwald. Das Gift stammt nicht von den Nachtfalten. Das bedeutet nicht, dass ihr von ihnen nichts zu befürchten habt. Ich denke, ihr wisst, warum sie eure Feinde sind. Ich nickte. Von wem stammte das Gift dann? fragte ich. Vom König der Diebe. Er überlebte eure Demonstration, sagte sie. Er überlebte es jedoch nicht, das Wappen der Nachtfalten für seine Zwecke missbraucht zu haben. Ich glaube, hätte er gewusst, was ihm bevorstand, wäre er lieber friedlich an einem imperialen Galgen ausgeblutet. Sie hob eine Augenbraue. Bei dieser Gelegenheit noch ein Hinweis. Mein Vater findet, dass solange die Galgen in seiner Stadt errichtet werden, sie eine ganz bestimmte Form haben sollten. Der Tee-Galgen hat die falsche Form. Er bittet euch, dies in Zukunft zu berücksichtigen. Ich nickte. Ihr wisst, was in den Kanälen geschah? fragte ich sie dann. Geschieht? Wie könnten wir dabei wegsehen? Sie erhob sich. Ein blinder Herrscher ist kein guter Herrscher. Die Götter mit euch. Und mit euch, sagte ich, aber sie hatte sich bereits unter der Plane des Zeltes hinweggeduckt. Haarwald? Leandras Stimme wies seinen ganz gewissen Unterton auf. Ich glaube, ich werde dir helfen müssen, dich an die anderen Kleinigkeiten zu erinnern, die du wohl noch vergessen hast zu erwähnen. Ihr Lächeln war sanft, fast spielerisch, aber die violetten Augen schimmerten mit ungewohnter Härte. Nichts, was ich wagen würde, zwischen dich und deine Mission zu geraten, sagte ich, kühler als ich es beabsichtigte, und erhob mich. Wir waren noch nicht weit gegangen, da meldete sich Sieglinde zu Wort. Wenn ihr euch weiter so anschweigt, wird es mir in eurer Nähe zu kühl. Die Luft zwischen euch ist eisig. Was soll das? Ich ging davon aus, meinem Liebhaber vertrauen zu können, kam Leandras Antwort. Woraus schließt ihr, dass ihr es nicht könnt? fragte Sieglinde. Er bewegt sich familiär in herrschaftlichen Kreisen und findet es nicht erwähnenswert, sagte Leandra, und die Temperatur fiel noch tiefer. Na und? fragte Janos. Leandra wirbelte zu ihm herum. Er hätte es mir sagen sollen. Er kennt meine Mission. Ich brauche den Kontakt zu diesen Leuten. Noch brauchst du ihn nicht, sagte ich. Willst du das beurteilen? fauchte sie. Nimmst du die Verantwortung für ein Königreich von mir? Nein, denn auch du trägst sie nicht. Du bist ein Herold oder ein Diplomat, keine Königin. Nur sie trägt die Last der Krone. Ich blieb stehen und drehte mich zu ihr um. Und wenn du das, was zwischen uns ist, opfern willst, um von mir alles zu erzwingen, verlierst du mehr, als du gewinnst. Ich habe dir Liebe geschworen, nicht einen Lehenseid oder Gehorsam. Ihre Augen weiteten sich. Harwald, rief sie und legte mir ihre Hand auf den Arm, sprich nicht so. Dann, verehrte Sarah, überleg dir, was du von mir forderst und ob ich dir je Grund gab, mir nicht zu vertrauen. Und zuletzt, vergiss nicht, dass du zu mir kamst, nicht ich zu dir. Ich gebe dir offen und frei meine Liebe und meine Unterstützung. Aber ich beuge mein Haupt nicht vor dir. Ich bin nicht ein Lakai. Diese Mission. Einmal schon bin ich zu einer solchen Rettungsmission aufgebrochen. Sieh, was es mir einbrachte. Ich bin verflucht, nach meiner Zeit auf dieser Welt zu wandeln. Ist es denn immer noch ein solcher Fluch für dich, Harwald? fragte sie leise. Ich sah die Feuchtigkeit in ihren Augen und war besiegt. Ich nahm sie in meine Arme und sie kam willig und schmiegte sich an mich. Wir können mit unserer Mission nur erfolgreich sein, wenn wir gemeinsam handeln und keinen Zwist zulassen. Was ich dir nicht erzählt habe, waren private Dinge, die mit deiner Mission nichts zu tun haben. Sie ist hübsch, sagte Leandra. Ich sah sie fassungslos an. Leandra, was für krumme Gedanken hast du da. Ich war versucht, sie zu schütteln. Es ist mir hier viel zu heiß. Janos lachte schallend. Das andere, was sie mir zeigen wollte, war ein Haus. Während sie gestern nach mir und den anderen gesucht hatten, waren meine Gefährten durch die Stadt gestreift und auf dieser Wanderung hatten sie dieses Haus entdeckt. Es befindet sich im Viertel der Händler, sagte sie. Ihre Augen leuchteten wieder. Ich war neugierig und betrat es. Ich war sicher, es fällt dir auf den Kopf, bemerkte Janos. Es ist alt und baufällig. Nicht so sehr, wie es den Anschein hat, sagte Leandra. Du wirst es sehen und erkennen, warum es meine Aufmerksamkeit erregt hat. Ein Weg zurück. Ich verstand, als ich es sah. Das Haus war recht groß, gut dreißig Schritt breit und es war achteckig. Aus demselben Stein wie alle anderen imperialen Bauten errichtet, besaß es über dem Erdgeschoss zwei weitere Stockwerke. Kein Holz war zu sehen, sogar das Dach war mit Steinplötten gedeckt. Dass es alt war, sah man an den zerfallenen Fensterläden und der verrotteten Tür. Ein Geruch von Moder, überraschend in dieser Hitze, schlug mir entgegen. Leandra zerrte mich an der Hand hinein. Das Haus war um einen Innenhof von gut zwanzig Schritt Durchmesser gebaut. Verdorrte Vegetation rankte sich dort um einen ausgetrockneten Brunnen. Die Zimmer endeten alle mit weiten Türen und Fenstern an einer Balustrade, die diesen Innenhof umlief. Hier war der verwendete Stein von hellem Gelb und die Säulen waren nicht so massiv, wie ich es von anderen imperialen Bauten kannte. Tauben flatterten auf, als Leandra den Hof betrat, sich um sich selbst drehte und vor Freude die Hände wie ein kleines Mädchen hochwarf. Sie strahlte mich an. Es waren ohne Zweifel imperiale Baumeister gewesen, die dieses Gebäude errichtet hatten. Die Türen hatten alle das gleiche Maß. Ich war bereit, Gold zu verwetten, dass man eine Tür aus dem Hammerkopf in diese massiven Angeln einhängen konnte und die Tür sauber schließen würde. Indes, Türen waren keine mehr da, noch irgendetwas anderes, das man hätte nutzen können. Die Küche war zu erkennen, die steinernen Hüllen der Herde standen noch. Die eisernen Innereien aber waren geplündert. Ein mächtiger Eichentisch stand noch dort, zu schwer und massiv, um gestohlen zu werden. Ein Durchgang führte von der Straße in den Innenhof, von beiden Seiten mit alten Eisentoren geschützt, die offen standen und leicht verrostet waren. Eine Tür führte von dem Durchgang aus nach rechts in eine beeindruckende Empfangshalle mit Mosaiken auf dem Boden und überraschenderweise einem mächtigen Kronleuchter, der noch immer hoch unter der Decke hing, weit außer Reichweite von Plünderern. In allen Räumen blätterte der Putz von Wänden und Decken, hatten Tiere ihr Lager gebaut oder auch Menschen ihre Notdurft verrichtet. Altes, verfaultes Stroh quoll unter unseren Absätzen hervor und Ratten liefen quietschend davon, als sich einer freudigen Leandra durch das Gemäuer folgte. Ich kann sehen, warum du es magst. Wenn wir uns in einem warmen Klima zur Ruhe setzen wollen, wäre dies in der Tat ein Haus, das mir gefallen könnte. Aber ich dachte, das wäre ausgeschlossen. Leandra grinste breit. Du hast es nicht bemerkt. Sie lachte. Ich hätte schwören können, es würde dir auffallen. Sie führte mich in den Keller. Das Haus ist achteckig. Der Innenhof ist achteckig. Aber hier an der Wand bei der Treppe nach unten hat der Baumeister die Winkel der Wand verändert. Also muss sich hier ein Raum befinden. Janos und Sieglinde schmunzelten, als sie sahen, wie mir ein Licht aufging. Janos trat mit sichtbarer Vorfreude in eine Ecke des Raumes, Sieglinde in eine andere, und ich hörte das Poltern, als ein Teil der Wand zur Seite glitt. Dahinter war der bekannte achteckige Raum. Leandra erschuf ein Licht und ließ es aufsteigen, um das Zimmer zu beleuchten. In dem goldenen Achteck lagen unter einer dicken Staubschicht noch die Steine. Leandras Fußabdrücke durchkreuzten den Raum mehrfach von ihrem ersten Besuch hier. Ein Anblick, bei dem er nicht so wohl war. Hatte Kennard nicht von Fallen gesprochen? Bevor ich sie aufhalten konnte, betrat sie den Raum erneut und winkte mich hinein. Schau nach oben, sagte sie und ließ ihr Licht aufsteigen. Der Raum war die üblichen drei Schritt hoch und wuchs ebenfalls üblich für diese Torräume in der Decke mit acht Winkeln zu einer flachen Spitze zusammen. In Leandras Licht konnte ich direkt unter dem Schlussstein ganz schwach neun Zahlen erkennen. Siehst du das? rief sie aufgeregt wie ein junges Mädchen. Schau, die ersten vier Zahlen sind gleich jenen, die zu der verfallenen Station führten. Ich glaube, es gab ein System, in dem die Tore verschlüsselt waren, wie Koordinaten, verstehst du? Ich sah in ihre leuchtenden Augen. Nein, Leandra, aber vielleicht erklärst du es mir. Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber wenn man von einem gemeinsamen Punkt, einem gemeinsamen Ursprung aller Tore ausgeht, so ist jedes Tor von diesem in einer ganz bestimmten Art entfernt. Es gäbe so die Entfernung, einen Winkel und eine Höhe in Bezug zur Ebene des Ursprungspunkts. Wenn jeder dieser Werte jeweils durch zwei Zahlen ausgedrückt wäre, hätten wir drei Zahlenpaare. Bislang waren zwei Zahlenpaare immer gleich. Vielleicht drücken sie einen anderen Wert aus und der letzte Stein dient vielleicht nur zum Aktivieren. Ich schüttelte den Kopf. Nein, Kennard sagte, die Tore seien unterschiedlich verschlüsselt. Ich glaube ihm. Ja, Harwald, aber wenn ich der Maestro wäre, der diese Tore erbaut hat, würde ich nach einem Schlüssel vorgehen, damit ich weiß, wie ich die Torsteine kodiere. Sie strahlte mich an. Hab keine Angst, ich Tor finden, werden wir mehr wissen, und es wird sich weisen, ob ich recht habe. Aber hier bei diesem Tor haben wir den Code, der zu ihm gehört. Das bedeutet, dass wir von hier aus zur Donnerfeste reisen können und wieder zurück. Wenn es wirklich der Schlüssel ist und keine Falle, gab ich zu bedenken. Gut, das können wir feststellen. Sie lachte. Das Beste hieran ist, dieses Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass das Imperium noch immer Wert darauf legt, seine Liegenschaften im eigenen Besitz zu halten. Ich hatte ihr schon von der Begegnung mit den imperialen Truppen bei Fahds ehemaligem Gasthof erzählt. Nun ergänzte ich es um Schwertmajor Casales Begründung gegenüber dem Kavallerie Offizier. Sie nickte langsam. Das mag sein, aber das müssen wir dann eben herausfinden. Vielleicht ist es auch möglich, dieses Gebäude aus den Liegenschaften des Imperiums zu kaufen. Du verstehst, weshalb das Haus so wichtig ist? Natürlich verstand ich. Dies war ein Tor, das sich nicht an einer abgelegenen Stelle befand. Wenn wir auf unseren weiteren Reisen andere Tore fanden, so konnten wir immer hierher zurückkehren, um uns neu zu verproviantieren oder um zu rasten. Leandra war in einem gewissen Sinne Botschafterin des Königreiches Ilian. Vielleicht war es möglich, dieses Gebäude als eine Botschaft einsetzen zu lassen. Leandra unterbrach meine Überlegungen. Zwei andere Dinge bewegen meine Gedanken, sagte sie. Wir fanden an zwei Stellen Torsteine, obwohl Kennard meinte, sie seien alle entfernt worden. Beide Tore gaben uns jeweils eine weitere Torkombination. Oder jemand legte die Steine so, dass sie in die Irre führen, sagte ich. Ich wüsste nicht, wie man das ausprobieren kann. Da hast du leider recht, sagte sie. Aber zurück zu diesem Haus. Schon gestern fand ich heraus, wie man es erwerben kann. Es gibt auf dem Platz der Ferne eine Bibliothek und ein Archiv. Dort werden die Liegenschaften verwaltet. Was meint ihr? fragte ich Janos und Sieglinde. Einen Stützpunkt zu besitzen wäre praktisch, antwortete Sieglinde. Ich weiß nur nicht, ob wir uns das leisten können. Sie sah sich um und strich mit der Hand über den Putz. Er bröckelte ab. Hier wäre eine Menge Arbeit von Nöten. Nicht nur das, meinte Janos. Wir bräuchten auch Personal, welches das Haus bewacht. Es wäre mühselig, aber das Tor macht alles wieder wett. Er rieb sich die Nase. Ich wüsste nur zu gerne, ob es in Ilian oder vielleicht sogar in der Kronburg auch ein solches Tor gibt. Leandra nickte. Ich bin mir fast sicher, dass dem so ist. Ich kenne in der Kronburg mindestens einen achteckigen Raum. Mit einem goldenen Achteck auf dem Boden? fragte Janos. Das weiß ich nicht. In dem Raum, an den ich mich erinnere, lag Parkett. Wisst ihr, was ärgerlich wäre? sagte Sie Glinde. Nein, was? Wenn es ein Tor gegeben hätte und jemand hätte das Gold um seines Werts willen heraus gemeißelt, sagte sie. Ärgerlich in der Tat. Mir wurde fast schlecht bei dem Gedanken. Für mich waren die Tore ein Wunder. Aber ich konnte es mir leicht vorstellen, wie jemand das Gold heraus riss. Als wir das Haus verließen, hatte ich die Steine dabei und wir hatten uns besondere Mühe gegeben, die Spuren unserer Anwesenheit zu beseitigen. Vor allem Leandras und meine Fußspuren, die direkt in die Wand zu führen schienen. Der Bewahrer des Wissens Die Bibliothek war beeindruckend. Allein schon die Eingangshalle mit ihren Säulen und den Statuen. Vier umlaufende Galerien und zwei große Wendeltreppen aus Marmor bestimmten das Bild. Die Skulptur einer einzeln stehenden Feder reichte fast bis unter das hohe Dach. Dutzende von Türen führten rundum tiefer in das Gebäude. Fast vor jeder Tür saß ein Schreiber an einem Pult. Gut drei Dutzend Menschen warteten geduldig, bis sie an die Reihe kamen. Bis auf vier trugen alle Schreiber die breiten Messingbänder eines Sklaven um den Hals. Wir erfuhren, dass die Registratur sich im hinteren Teil des Gebäudes befand, versuchten der verworrenen Beschreibung eines der Schreiber zu folgen und fanden uns dann auch tatsächlich im Arbeitsraum eines niederen Beamten wieder. Hier standen riesige Regale mit Schriftrollen und Büchern. Der fensterlose Raum wurde durch einen polierten Spiegel beleuchtet, der Licht, das durch einen Schacht hineinfiel, auf eine polierte Kugel warf. Der Beamte sah mein Interesse an der Beleuchtung. Mit all dem Papyrer ist hier keine Kerze oder Fackel erlaubt, teilte er mir mit und setzte sich gerade hin. Er war ein zierlicher Mann fortgeschrittenen Alters, in einer sauberen weißen Robe und mit Tintenflecken an den Fingern. Als wir eintraten, studierte er gerade sorgfältig mit einer großen Lupe eine reich verzierte Schriftrolle. Die Götter mit euch, guter Mann, sagte Leandra, ist dies die Registratur? Als der Mann ihre Stimme hörte, sah er langsam auf und starrte sie an. Es Sera, ihr habt eine Stimme wie warmer Honig, sie gleicht eurer Schönheit, sagte er ehrfürchtig. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich eine Stimme wie die eure gehört. Ich habe sie nie vergessen. Leandra lächelte leicht. Ich danke euch für dieses Kompliment, aber diese Stimme gehörte einer Elfe, so schön wie ein Sonnenaufgang über einer fruchtbaren Wiese. Verzeiht, gehört auch ihr zu der Rasse der Elfen? Meine Mutter ist eine Elfe. Wir Könnt ihr denn auch die Schrift der Elfen lesen? Leandra seufzte. Nein, ich habe es nie gelernt. Ich das ist sehr, sehr schade, sagte er mit einem Gesicht so traurig, als wäre soeben sein Lieblingshund gestorben. Womit kann ich euch dienen, Essayrin? Wir beabsichtigen ein Haus zu erwerben, sagte Leandra und schien darauf zu warten, dass der Mann sie wieder unterbrach, aber er nickte nur. Man sagte uns, dass es ein Register gäbe, in welchem alle Häuser aufgeführt sind. Er nickte wieder. Es ist üblich, ein solches Geschäft mit dem Besitzer zu tätigen, sagte er dann. Das Haus steht leer, erklärte sie. Das macht es in der Tat schwierig. Wo befindet sich dieses Haus? Es steht an der Ecke zur nördlichen Straße, am Platz des Korns, direkt neben dem Wasserturm. Platz des Korns? Bitte wartet hier, Essayrin. Er lächelte. Dies ist nicht die Registratur, sondern das Archiv. Aber die Registratur ist mir unterstellt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Der Mann erhob sich und eilte davon. Hätte er mich noch einmal unterbrochen, ich glaube, Leandra hörte auf, als Janos lachte. Nichts hättet ihr getan, Sarah. Er tat es so nett und so höflich, ihr dem, seht ihn an. Es schickt sich nicht, Schwächere zu schlagen. Ein Schreiber, wie er im Buche steht. Macht ihr euch über mich lustig, sagte der Schreiber. Er hatte die gesuchte Rolle schnell gefunden und war wieder zurückgekehrt, rechtzeitig um Janos Worte zu hören. Nein, sagte Janos und sah den Mann an. Es ist eine Tatsache. Ihr seid schwach und zierlich, aber ich wollte euch nicht beleidigen. Mein Name ist Abdul El Farrain. Mein Titel ist Bewahrer des Wissens. Wer seid ihr, großer, starker Kämpfer? Nennt mich Janos. Janos also? Ihr seid ein großer, kräftiger Mann mit breiten Schultern und so, wie ihr euch gebt, ein erfahrener, furchtloser Kämpfer. Janos musterte Abdul misstrauisch. Ich hatte mir eine Stelle an der Wand beim Eingang gesucht und lehnte dagegen Leandra neben mir. Ein amüsiertes Lächeln spielte über ihre Lippen. Sie glindisch stand an einer Säule und sah von Janos zu Abdul und wieder zurück. Sagt Janos, wie viele Sprachen sprecht ihr? fragte Abdul. Zwei und eine Handvoll Dialekte. Ich spreche zwölf Sprachen. So viele Sprachen gibt es gar nicht, sagte Janos im Brustton der Überzeugung. Wenn ihr meint, Ihr wisst sicherlich, wie man eine Klinge fertigt? Janos sah ihn an. In Grundzügen ja. Wohl auch, warum eine Klinge gehärtet wird? Damit sie die Schärfe hält. So sicherlich auch, wieso das so ist? Janos zögerte und schüttelte schüttelte den Kopf. Seht, Janos, ich könnte es euch sagen. Hättet ihr vor einem Meisterschmied Respekt? Sicherlich. Wie viel Respekt hättet ihr vor einem Mann, der einen Meisterschmied ausbilden könnte? Janos sah auch, worauf das hinauslief. Ich hätte einen großen Respekt. Bräuchte er die starken Arme eines Schmieds? Ich habe bereits verstanden, sagte Janos mit einer Verbeugung. Er bräuchte das Wissen und nicht die Kraft. Ich entschuldige mich. Sie Glindes Augen leuchteten. Sie lächelte, als Janos das sagte. Abdul musterte Janos. Jetzt bin ich es, der euch nicht beleidigen will. Ich hätte nicht gedacht, dies von euch zu hören. Ich bin im Stande, meine Fehler zu erkennen, sagte Janos mit einem Lächeln. Es hilft zu überleben. In der Tat. Nun zu diesem Haus. Es ist das achteckige? Leandra nickte. So ist es. Dieses Haus ist eines der älteren Bauwerke der Stadt. Noch bevor das Reich gegründet wurde, diente es als Münzerei und Wechselstube, später dann als Börse. Danach war es lange Zeit ein Skriptorium. Deshalb kenne ich seine Geschichte. Das Haus gehört dem Rat der Stadt. Es ist keine imperiale Liegenschaft, fragte ich. Das war es mal. Aber im Jahre er blickte auf die Rolle in seiner Hand hinab. 319 nach der Reichsgründung kam es als Brautgeschenk in den Besitz einer damals bedeutenden Familie. Später starb diese ohne Erben aus. Das Haus ging zurück in den Besitz des Handelsrats. Seit fast fünf Jahrzehnten ist es unbewohnt. Steht es zum Verkauf? fragte Leandra. Ja, für die Summe von 30 Kronen. Er sah von der Rolle auf. Es tut mir leid, Esera, aber das ist der Preis, der damals festgesetzt wurde. Ich weiß, dass das Haus nunmehr nicht in dem Zustand ist, der diesen Preis rechtfertigt. Ihr könnt eine neue Bewertung beauftragen, um den Preis anpassen zu lassen. Wie lange würde das dauern? Monate, sagte Abdul. Der Handelsrat muss das beschließen. Dann wird ein Baumeister das Haus bewerten. Dann soll der Handelsrat diesem neuen Preis zustimmen. Es wird lange dauern. Sagt Abdul, Hüter des Wissens, warum hat niemand dieses Haus gekauft? Es ist unter dem bröckelnden Putz solide gebaut. Der Stein wird noch einmal Jahrhunderte halten. Die Lage am Platz des Korns ist gut. Warum fand kein anderer Händler Verwendung für das Gebäude? Abdul sah mich prüfend an. Man sagt, das Haus sei verflucht. Nachts würden dort Geister ihr Unwesen treiben. Es heißt, man höre die Stimme einer weinenden Frau dort. Er zuckte mit den Schultern. Einmal so weiß man stand das Haus fast bis zum Dach unter Wasser. Dieser Vorfall ist gut dokumentiert. Unter Wasser? Ihr meint, der Fluss stieg so hoch an? fragte Janos überrascht. Nein, Eseri. Im Haus stand das Wasser so hoch, dass es durch die Läden und Fenster aller Stockwerke wie aus einem großen Springbrunnen floss. Damals ertrank der letzte Besitzer in seinem Zimmer im ersten Stock. Es gab hunderte von Augenzeugen. Das Wasser floss fast eine Woche lang aus dem Haus, sagte Abdul. Bei den Göttern schwöre ich, es ist wahr. Wir sahen uns gegenseitig an. Haben wir das Gold dazu? fragte Leandra. Ja, aber damit hätten wir den größten Teil davon aufgebraucht. Du erinnerst dich? Wir haben einhundert Kronen mitgenommen und waren der Meinung, dass wir dieses Vermögen niemals ausgeben könnten, antwortete ich ihr leise. Dreißig Goldstücke ist zu viel für das Gebäude, sagte Sieglinde. Ja, antwortete Leandra, aber ich bin nicht gewillt, so lange zu warten. Ich werde es kaufen. Gut, er Sera, sagt eurem Gemahl oder eurem Vormund, er möge das Gold beim Schatzmeister der Händler Gilde einzahlen lassen. Ihr findet ihn in der Börse, hier auf dem Platz der Ferne. Mit der Quittung erhaltet ihr dann von mir die Urkunde über den Besitz. Bevor wir gehen wollten, um das Gold zu bezahlen, drehte sich Leandra noch einmal um und sprach den Hüter des Wissens an. Sagt, warum habt ihr nach nach der Elfischen Sprache gefragt. Ich erhielt vor einem Mond eine magisch verschlossene Kiste, die man aus einem Schiffswrack vor der Küste von Janas geborgen hat. Die Zeichen auf der Kiste sind meines Wissens Elfischen Ursprungs. In Art und Bauweise entspricht sie einer Dokumentenkiste, wie sie auch heute noch von Kapitänen verwendet wird. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen einfachen Schutzzauber handelt, der die Dokumente vor der Feuchtigkeit bewahren sollte. Ich habe die Hoffnung, dass wenn man die Runen vorliest, die Kiste aufgeht. Vielleicht dienten die Runen auch als Schutz vor Dieben, sagte Janos. Mag sein. Man fand diese Kiste in den verrotteten Überresten einer starken Truhe. Darin eine gewisse Menge an Gold und Kleinodien. Der Schutz vor Dieben war also nicht nötig. Zeigt mir die Kiste. Die eine oder andere Rune kenne ich. Abdul musterte uns etwas skeptisch. Ihr seid bereit, eine deutliche Summe Goldes zu bezahlen, um ein altes Haus zu erwerben. Ich hoffe, dass ich mich in euch nicht täusche. Wenn ihr wünscht, holt Wachen herbei, schlug ich vor. Er schüttelte den Kopf. Nein, das wünsche ich nicht. Wie ich sagte, die Kiste ist magisch verschlossen und die meisten Menschen haben eine panische Angst vor allem, was Magie ist. Ihr nicht? fragte Leandra. Nein, nur vor der Magie der Seelenjäger. Aber ich verfüge über kein Talent, also bin ich nicht von Interesse für sie. Folgt mir bitte, aber passt auf, dass ihr nicht an irgendwelche Stapel stoßt. Es ist mühsam, sie neu zu sortieren. Er erhob sich, ging zur Wand und legte einen Hebel um. Der Spiegel über uns drehte sich mit einem lauten Scheppern in eine andere Richtung und schickte Sonnenstrahlen einen Gang entlang. Abdul schloss eine eiserne Tür auf, griff wieder zu einem Hebel neben der Tür und ein anderer Spiegel fing das Licht ein. Der Raum war relativ klein und enthielt gut drei Dutzend gleichartig gebauter eiserner Truhen. Janos sah sich mit erkennbarer Neugierde um. Was befindet sich in diesem Thron? Abdul sah zu ihm hoch. Schätze von unfassbarem Wert, die gegen Feuer geschützt werden müssen. Ihr würdet kein Kupferstück auf dem Markt dafür bekommen. Es sind alte Dokumente, zum Teil noch aus der Zeit des Imperiums. Stammrollen zum Beispiel. Wie die Rollen im Raum der Häuser? fragte ich. Er sah mich überrascht an. Ja, Eseri, solche Dinge. Manches ist nur für einen Archivar von Wert, manches vielleicht sogar vollständig wertlos. Aber diese Rollen sind die letzten Zeugen von Vorfällen, die Jahrhunderte zurücklegen. Wenn der Mensch nicht aufschreibt, vergisst er. Er öffnete eine der schweren Kisten. Zu meiner Überraschung sah ich, dass sie innen mit Bimsstein verkleidet war. Die kleine Kiste, die er nun vor Leandra auf einen niedrigen Tisch stellte, konnte wirklich kaum etwas anderes sein als eine Dokumentenkiste. Solche wurden auch noch in unserer Heimat verwendet. Diese Runen kenne ich, sagte Leandra. Es ist einfach. Was steht dort geschrieben? Nennt die Gnade Astartes als Schlüssel, das Urteil Borons als Schloss. Das mit dem Schlüssel verstehe ich, sagte ich und kratzte mich am Kopf. Aber was hat es mit dem Urteil Borons auf sich? Leandra lächelte. Ich denke, dass ein Dieb das Urteil Borons erfährt, sollte er den Inhalt stehlen wollen. Ich nickte. Das sollte abschreckend genug sein. Allerdings hätte ich es in einer Sprache geschrieben, die ein Dieb auch verstand. Welcher Dieb las schon elfische Runen? Leandra legte eine Hand auf die flache Kiste. Na, dann wollen wir mal sehen. Gnade Astartes. Klick. Abdul machte eine tiefe Verbeugung vor Leandra. Ich danke euch, Eseri. Andächtig hob er den Deckel an und sah hinein. Er seufzte enttäuscht und öffnete die Kiste ganz. Ich habe mir zu viel erhofft, sagte er. Nach seiner Enttäuschung zu urteilen, hätte ich die Kiste leer vermutet. Doch dem war nicht so. Sie enthielt ein feines silbernes Band, so filigran gewoben, aus hauchfeinen Silberdrähten, dass es beinahe wie eine Wolke wirkte. Ein Haarschmuck, nichts weiter, wenn es auch ein schöner ist. Abdul griff in die Kiste und nahm das silberne Band heraus. Es floss wie schwerer Stoff in seinen Händen. Er wog es in der Hand und sah dann Leandra an. Es ist Elfen Elfenarbeit. Vielleicht gehörte es einem eurer Vorfahren. Nehmt es als meinen Dank. Aber es ist unermesslich wertvoll, rief Leandra. Vielleicht an einem anderen Ort. Da es Elfen Arbeit ist, wird ein jeder Magie in ihm vermuten. Wollte ich es hier auf dem Markt verkaufen, erhielte ich den Silberwert und der Käufer würde es einschmelzen lassen. Wenn jemand mutig genug wäre, es zu kaufen, nehmt es. Die Kiste ist für mich wertvoller als der Inhalt. Dürft ihr das denn überhaupt? fragte Siglinde. Ja, ich habe diese Kiste auf dem Markt erstanden und aus eigener Tasche bezahlt. Er verbeugte sich. Ihr solltet euch jetzt besser zum Schatzmeister der Händlergilde begeben, bevor es noch viel später wird. Ihr habt meinen Dank. Er sah zu Leandra hoch. Wenn ihr es tragt, lächelt ab und zu und denkt an den alten Abdul. Leandra machte eine leichte Verbeugung. Das werde ich gewiss tun. Ich danke euch für dieses großzügige Geschenk. Dann gingen wir. Sagt Harwald, fragte Janos, als wir uns über den Platz der Ferne zur Börse bewegten, habt ihr Leandra jemals ein Geschenk gemacht? Leandra lächelte. Es ergab sich noch nicht die Gelegenheit. Wie ist es mit euch und Sie Glinde? Ich bin ein einfacher Mann und zaudere nicht lange, wenn ich das Glück vor mir sehe. Schaut! Er griff Siglindes Hand und hielt sie hoch. Ein einfacher silberner Reif umschloss den Ringfinger ihrer linken Hand. Möge der Segen der Götter auf euch liegen. Wann war das, ihr beiden Heimlicht Tua? Das würde ich auch gerne wissen. Leandra lächelte erneut. Als wir wussten, dass wir die Sklavenhändler überleben würden. Nach dem Kampf, als ihr, Leandra, noch vor Erschöpfung schläft, verbanden wir unsere Hände, Seelen und Herzen. Während der tagelangen Reise in dem Käfig hatte ich beständig Angst um sie und wusste bald, dass sie die richtige ist. Zauber hin oder her. Ihr glaubt immer noch, dass eure Liebe einem Zauber entspringt? Janos zog Siglinde an sich heran. Vielleicht entsprang sie einem Zauber, aber das macht nichts, denn wir gehören zueinander. Noch nicht ganz, sagte Siglinde mit einem warmen Lächeln. Erst muss mein Vater mich noch in den Tempel Astartes führen, bevor du meine Hand erhältst. Sie strahlte Leandra und mich an. Vielleicht kann der Priester auch euch verbinden, eine gemeinsame Zeremonie für uns alle. Ich beobachtete Leandra, als sie Siglindes Vorschlag vernahm. Sie lächelte, sagte aber nichts. Nach dem Geschäft, wir waren nun stolze Besitzer eines alten Hauses, kehrten wir zum Haus der hundert Brunnen zurück. Ich öffnete die Tür zum Raum der Ruhe. Ein großer hagerer Mann stand vor mir, in eine einfache graue Robe gekleidet, Sein weißes Haar war wild und verfilzt und reichte fast bis zum Boden. Auf der Stirn und an den Handgelenken trug er jeweils ein breites Kupferband. Silberne Ketten führten von dem Band an seinem Kopf zu den Handgelenken. Die Kupferbänder waren bereits grün angelaufen und verfärbten auch seine Haut. In der Hand hielt er einen knorrigen Stab, in den hunderte kleiner Kupfernägel eingeschlagen waren. Ich sah ihn verblüfft an. Er hob drohend die Hand mit dem Stab. Raus! Ich arbeite! rief er und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Ich öffnete die Tür erneut. Das sind meine Räume. Na und? sagte er ohne zu mir hinzusehen und machte eine Geste mit der Hand. Die Tür schlug zu und ich hörte wie das Schloss ging. Ich drehte am Schlüssel. Er bewegte sich nicht. Sie glinde kicherte. Wer ist das? fragte Leandra mit einem überraschten Gesichtsausdruck. Die Tür zum Raum des Genusses ging auf und Zucora trat in den Gang. Ihr Arm war nicht mehr fest gebunden. Der Heiler! Er ist verrückt, aber er versteht sich auf die Heilung, sagte sie und bewegte ihre Schulter. Er hat auch mich verarztet. Sie musterte Leandra, Sieglinde und Janos. Ich sehe, ihr seid wieder da. Ist das alles? rief Janos übertrieben empört. Ich dachte, ihr lasst ein Fest ausrichten, um die Freude kundzutun, die ihr unzweifelhaft empfindet, uns gesund und munter wiederzusehen. Zucora sah ihn an, langsam von Kopf bis Fuß und wieder zurück. Dann schaute sie zu Leandra. Es ist die Sonne hier, die Menschen vertragen sie nicht. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Sieglinde trat an Zucora heran. Wirklich? Wir hatten auch Angst um euch, sagte sie ernsthaft. Ich würde es nicht beschwören, aber in diesem Moment wirkte Zucora beinahe so, als wäre sie verlegen. Sie will die Götter nicht herausfordern, sagte Varosch mit einem breiten Lächeln, als er in der Tür zum Raum des Genusses erschien. Ich spreche für mich selbst, sagte Zucora mit kühler Stimme. Varosch lächelte. Ich weiß. Was war das eben mit den Göttern, die sie nicht herausfordern will? fragte ich Varosch kurze Zeit später. Er hatte mir aus der Rüstung geholfen und ich naschte wieder einmal an den Honig Früchten. Wir waren allein. Leandra und Zucora hatten irgendetwas miteinander zu besprechen. Janos und Zuclinde hatten sich in ihre Gemächer zurückgezogen. Zucora? Wisst ihr, sie stellt mir Fragen über die Menschen und ich stelle ihr Fragen über ihre Welt. Ihre Welt ist hart. Wenn jemand aus einer Schlacht zurückkehrt, gilt es als schlechtes Omen, ihn zu freudig zu begrüßen. Dann wissen die Götter, dass er von Wert ist und nehmen ihn in der nächsten Schlacht. Sie will nicht, dass wir das wissen? fragte ich und probierte einen kandierten Apfel. Sie will sich nicht erklären müssen. Ich habe den Eindruck, dass, wenn man in ihrer Welt Gefühle zeigt, dies einem zum Nachteil gereicht, einen verletzlich macht. Er seufzte. Ich weiß, dass sie etwas für mich empfindet, aber manchmal ist es, als ob ich Brotkrumen suche. Varosch, du veränderst ihre Sicht der Welt. Gib ihr Zeit. Für sie, sie ist eine Elfe, für sie muss das alles hier fürchterlich plötzlich kommen. Immer wenn ihr mich duzt, ist es euch wichtig, sagte er. Aber ja, Harald, ich weiß das, aber wir Menschen können uns keine hundert Jahre Geduld leisten. Kannst du mir sagen, was dieser Verrückte in meinem Zimmer macht? Natalia, sie ist auch dort. Es ist der Heiler, von dem wir gehört haben. Er ist verschroben. Trauben hatte er keine, aber er braucht sie auch nicht. Natalia ist bereits geheilt, aber sie liegt noch im Stein. Er sagt, er müsse sie aus dem Stein heraus locken und er wisse auch wie. Natalia ist geheilt? Ja, ich habe es selbst gesehen. Er ist noch besser als Zucora mit ihren Trauben. Er legte die Hand auf Natalia, der Bolzen fiel heraus und die Wunde schloss sich, obwohl sie Stein ist. Nur wacht Natalia nicht auf. Wieso ist er verrückt? Er erzählt wirre Dinge, dass er andere Dinge sehe als andere. Die Welt eine andere wäre, als sie ist. Er sieht Vögel aus Metall, eiserne Kutschen und Kerzen ohne Rauch, aber heller als die Sonne. Solche Dinge. Zucora denkt, er ist harmlos. Ihr müsstet sein Haus sehen. Es ist voll mit seltsamen Dingen, die er zu bauen versucht. Er hat einen Diener, Omputa, mit dem er ständig spricht, nur dass dieser Diener nicht großen Eisenstein in einem Kupferkorb zu drehen. Das sei die Quelle seiner Magie, sagt er. Ich dachte, Magie wäre hier verpönt. Läuft er nicht Gefahr, verbrannt zu werden? Varus lachte. Ja, sicher, aber jeder hier weiß, dass er verrückt ist. Wisst ihr, was er als Bezahlung von uns forderte? Einen lackierten Kupferdraht, 20 Schritt lang. Wir haben den größten Teil des Nachmittags damit verbracht, einen Drahtzieher zu finden und dann noch jemanden, der diesen Draht lackiert. Braun, denn er sei für die Erde. Ich schüttelte den Kopf. Von den Göttern die Kraft zur Heilung zu erhalten, war eine große Gnade, aber darüber den Verstand zu verlieren, ich erhob mich. Heute Nacht hat Sokora etwas mit dem Kopfgeldjäger vor. Ich werde mich so lange zur Ruhe begeben, aber wenn Natalia erwacht, weckt mich. Ich werde für sie bitten, sagte Varosch. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, sagte Varosch, nachdem er mich wach gerüttelt hatte. Ich habe es nicht gesehen, aber Natalia ist geheilt, wieder aus Fleisch und Blut und schläft einen tiefen Schlaf. Es war spät abends, die Sonne war schon seit zwei Stunden unter gegangen und wir waren bereit, Sokoras Plan in die Tat umzusetzen. Ist der Verrückte weg? fragte ich. Varosch nickte. Gut, sagte ich. Es ist Zeit, den Dingen auf den Grund zu gehen. Hunde, Mörder und Verrat Er wird denken, eine Ratte hätte ihn angenagt und dabei auch die Fesseln geschwächt. Er sollte im Stande sein, sie zu zerreißen, sagte Zukora leise. Sie stand im Dunkel neben mir, ein schwarzer Schatten in einem dunklen Hauseingang. Von hier aus hatten wir einen guten Blick auf die Lanze der Ehre. Wir wollten dem gefangenen Kopfgeldjäger die Flucht ermöglichen, damit er uns zu seinen Auftraggebern führte, wir endlich erfuhren, wer auf so mysteriöse Weise hinter uns her war. Ich hoffe, er kommt bald zu sich, sagte Varos. Nicht, dass er uns noch stirbt. Er wirkte halbtot, als ich ihn zuletzt sah. Und ihr seid sicher, dass er sich nicht daran erinnert, was er euch erzählt hat? fragte ich Zukora. Ja, still, da kommt er. Ich sah, wie sich die Luke hob und der Mann sich vorsichtig umsah. Er bemerkte nur eine dunkle, schnarchende Gestalt am anderen Ende des Schiffes. Es war ein Risiko. Vielleicht würde er versuchen, den Mann auf dem Boot zu überwältigen. Aber er sollte zu geschwächt dazu sein. Der schnarchende Mann war Janos. Sein Kopfkissen war Ragnarkrag. Janos hatte wahrlich Gefallen Der Kopfgeldjäger versuchte nichts. Er war wohl froh, von dem Schiff fliehen zu können. Er hatte sich einen alten Sack um die Hüften gewickelt. Ansonsten war er nackt. Zucora meinte, das würde ihn veranlassen, direkt Hilfe zu suchen. Der erste Weg führte ihn zu einem Brunnen, wo er gierig trank. Er kann einem fast leid tun, sagte Varosch. Ich folge ihm. Ihr haltet euch weit zurück, sagte Zucora und glitt lautlos davon. Der Kopfgeldjäger, sein Name war Jabal, eilte wirklich direkt zu seiner Unterkunft. Dort kleidete er sich an, bewaffnete sich und begab sich in eine Taverne. Wenig später trat dort Janos durch die Tür und bestellte sich eines der hiesigen dünnen Biere. Nachdem Jabal die Taverne wieder verlassen hatte, kam auch Janos wenig später heraus. Er schüttelte den Kopf. Nichts. Er verschlang sein Essen. Das war es. Er drohte dem Wirt ihn aufzuschneiden, als dieser ihn fragte, warum er so schlecht aussehe. Als Jabal nach einer Weile anfing, sich umzusehen, ob ihm ja auch niemand folgte, wusste ich schon, dass zu Koras Plan aufging. Das ist das Haus von Hasur, dem Geldverleiher, sagte Varush. Er sprach von ihm, als Zucora ihn befragte. Bis jetzt macht er das, was wir erwartet haben. Wir beobachteten, wie er verstohlen an Hasurs Tür klopfte und nach einiger Zeit eingelassen wurde. Wir warteten. Etwa eine Stunde später konnten wir zwei Männer dabei zusehen, wie sie einen Sack aus dem Haus trugen. Leandra blieb beim Haus, Zucora verfolgte die Männer. Sie kamen ohne den Sack wieder. Dann kehrte Zucora zurück. Das war Jabal. Er treibt mit durchschnittener Kehle im Fluss. Niemand wirkte überrascht. Etwas später verließ ein einzelner Mann Hasurs Haus, eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Er ging die Straße hoch, bis hin zu einem der Tore, die zum Viertel der Reichen führten, dem selben Viertel, in dem sich auch das Haus der Hundert Brunnen befand. Die beiden Wächter am Tor ließen Wachen bestanden darauf, den Stein mit dem Symbol, der uns den Zugang zum Viertel der Reichen erlaubte, genau zu prüfen. Dann schickten sie einen Boten zum Haus der Hundert Brunnen. Bis dieser zurück war und wir endlich das Tor passieren konnten, war der Mann natürlich schon lange verschwunden. Mist, sagte Janos leise, als wir uns zurück auf den Weg zum Haus der Hundert Brunnen machten. Wir können ihn natürlich ein wenig befragen, sagte Varosch, aber ein Geld Wechsler hat durchaus einen Grund, das Viertel aufzusuchen. Moment, sagte Sieglinde und ging zu der Torwache zurück. Ja, Esera, die Passiersteine werden von den Einwohnern des Viertels an ihre Gäste ausgegeben. Die Wache war, nachdem ein diskreter junger Mann bestätigte, dass wir tatsächlich Gäste der berühmten Herberge waren, bemüht überaus freundlich zu sein. Werden sie oft gefälscht? fragte Sieglinde. Manchmal Esera, allerdings nicht so oft, wie man denken würde. Das Gebiet wird stark patrouilliert und man erhält damit keinen Zugang zu Häusern, sondern nur zu den Straßen. Die meisten Leute hier haben ihre eigenen Wachen. Sagt, ihr wart sehr misstrauisch uns gegenüber. Hatte das einen Grund? Die Wache schaute verlegen zur Seite. Der andere Wachsoldat zuckte mit den Schultern. Meister Hasur befürchtete, er würde von Dieben verfolgt. Sehen wir aus wie Diebe? fragte Leandra mit ihrem besten Lächeln. Aus irgendeinem Grund rief es Schweißtropfen auf der Stirn des Mannes hervor. Nein, Esera, sicherlich nicht, aber er bat mich sehr darum. Ich bin und sind hier. Ich weiß, das ber Vielen Dank.